Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute soll es mal um etwas Einmaliges gehen in der NVA Sammler Szene. Reden wir gar nicht lange um den heißen Brei. Es geht um diesen M82 Stahlhelm Schrägstrich Gerät 605. Dieser Helm wurde ab 1982 in der DDR entwickelt, geht vermutlich aus Wehrmachtsplänen hervor, war aber nie bei der Truppe zu sehen, denn er ist im Beschusstest durchgeflogen und zudem hatte er ein viel zu hohes Gewicht. Demzufolge war der Helm unbrauchbar für die deutschen Truppen. Die Stückzahlen von dem Helm belaufen sich in Deutschland auf fünf Stück. Nur fünf sind bekannt. Er muss aber in einer 10.000 Stück Auflage erschienen sein, denn er wurde in verschiedene Länder exportiert. Darunter mit Bildbeleg zum Beispiel hier Mosambik und hier Syrien und da auch noch mal Mosambik. Und hier haben wir das gute Stück. Es ist tatsächlich ein Gerät 605 Prototyp der Deutschen Demokratischen Republik schrägstrich nationalen Volksarmee. Ja, man sieht es. Es ist genau dieser Helm in dieser Farbe mit dem typischen NVA-Innenfutter. Ja, also ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich glaube jetzt sind in Deutschland genau sechs Stück bekannt. Dieser Helm ist tatsächlich wie beschrieben sehr schwer. Ich finde es ist ein schönes Stück. Es ist einmalig. Man kann es eben nicht beschreiben. Ja, hier haben wir noch mal. Das soll es gewesen sein. Ciao.